Bei mir hat es gerade geklingelt und der Postbote überreichte mir eine Müller Ironman Box. Und ein Vögelchen hat mir gezwitschert. Wenn ich die Box öffne, klinge ich eine kleine Nachricht vom Ironman Ecofresh. Also, machen wir die mal auf. Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Ecofresh. Ironman ist leider gerade nicht da, aber ich hab gerade mit ihm gesprochen. Wir freuen uns, euch exklusiv unsere zweite Iron-Design-Edition in Kooperation mit der Molkerei Müller vorzustellen. Wir machen die Welt ein bisschen besser, nie mit Joghurt, Wasser und Salz, sonst nichts. Also, könnt ihr deinen super leckeren Iron, viel Spaß beim Genießen. Und das finde ich schon ganz geil gemacht. Dieser Sound natürlich dazu in der schönen Box und dazu die Iron-Flaschen mit einem kleinen Superhelden-Cape dahinter. Das ist schon nice. Und falls euch das noch nicht aufgefallen ist, auf diesen Iron-Flaschen ist momentan so ein Ticket drauf, was ihr abreißen könnt. Darunter ist ein Code und dann könnt ihr bei einem Gewinnspiel mitmachen, wo ihr ein Privatkonzert von Ecofresh gewinnen könnt. Also, ich probiere den heute im Laufe des Tages mal, denn ich bin gespannt, ob ihr Iron-Fans seid oder vielleicht schon beim Gewinnspiel mitgemacht habt.